Setzen Sie ein. Wohin geht er oder sie? Er geht in den Laden, zum Laden. In die Weststraße. Vor das Haus. Ins Zentrum. Neben den Baum. An die oder zur Theke. In den Baumarkt oder zum Baumarkt. Sie geht an die Kasse. Zum oder ans Bücherregal. Auf den Campingplatz. Zum Friseur. Auf die Seite. An's oder zum Fenster. Auf die Straße. Er geht ins Restaurant. An die Tür. In den Oman. Auf den Turm. Ins Rückgebäude. Zu einer Freundin. In die Schweiz. Sie geht in die Küche. In unser Haus. Auf den Parkplatz. An den Bankautomat. Auf die Bahamas. Hinter die Garage. Auf den Balkon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.